Lektie de Konversatie in Germana, Nivell A1 Skurte Konversatie, Partei 1 Machen Sie es sich bequem! Simțiți-vă ca kasa! Fühlen Sie sich wie zuhause! Ce doriți să beți? Was möchten Sie trinken? Was möchten Sie trinken? Iubiți muzica? Lieben Sie muzic? Mie îmi place muzica clasică. Ich mag klasische muzic. Aici sunt CD-urile mele. Hier sind meine CDs. Cântați la un instrument? Spielen Sie ein instrument? Spielen Sie ein instrument? Aici este gitara mea. Hier ist meine gitară. Hier ist meine gitară. Cântați cu plăcere. Singen Sie gern? Singen Sie gern? Cântați cu plăcere. Haben Sie Kinder? Haben Sie einen Hund? Haben Sie eine Katze? Hier sind meine Bücher. Ich lese gerade dieses Buch. Was lesen Sie gern? Was lesen Sie gern? Mergeți cu plăcere la concert? Gehen Sie gern ins concert? Gehen Sie gern ins concert? Mergeți cu plăcere la teatru? Gehen Sie gern ins theater? Gehen Sie gern ins theater? Mergeți cu plăcere la operă? Gehen Sie gern in die Oper? Gehen Sie gern in die Oper?